Ja, so war es also. Da lag ich einfach so in meinem Bett, nichts tun und nichts ahnend. Bis auf den Moment, als meine Mom reinkam am Mennachkoll. Was machst du da? Ich bin fertig. Obwohl mir dann erst eingefallen ist, FIFA hat neue Packs am Mennachkoll. Also wollte ich sofort ein paar Packs öffnen. Wenn ihr billige Xbox Live oder PSN-Cards haben möchtet, checkt auf jeden Fall MMOGA, Link dazu in der Beschreibung. Jemand von der Game Bros hier heute werden mal wieder ein paar Packs gezogen, aber davor checkt erstmal mein Team. Ich weiß, ich weiß, ist total scheiße. Auf jeden Fall, ich habe mir vor kurzem, vor knapp drei Minuten noch nicht mal, Coins gekauft. Von der Seite, die ist ziemlich, ziemlich billig. Und ich habe gesehen, es gibt 25 K-Packs. Es gab auch 100 K-Packs, aber die waren weg wie sonst was. Also dachte ich mir, komm, Digger. First Pack. First Pack. Wen haben wir, wen haben wir, wen haben wir da? Matuidi, Matuidi. Ja, Mann. Verträge. So habe ich ihn schon genug hätte, mein Gott. Nächstes Pack, nächstes Pack. Komm, 25 K, da muss doch irgendwas Gutes drin sein. Kasano, wer ist das, den kenne ich gar nicht. Boah, Salah, Digger, der hat 93 Pay. Nee, hat der einen Wert, hat der einen Wert, hat der einen Wert? Go nix. Komm, nächstes Pack, nächstes Pack, nächstes Pack, nächstes. Was ist das, Mann? Guck mal, ein zentraler Spieler, der hat 45 Pay. Digger, das ist doch ein Scherz. Ein Set verbleibt mir noch. Hat insgesamt vier, einen habe ich schon davor verbraucht. Wenn da jetzt nix gut ist, ich guck weg. Wenn nix gut drin ist, hau ab, Digger. Komm. Was ist das? Ich kenne so feinen. Bullshit, warum kriege ich einen Deutschen? Ich habe ein deutsches Team, was soll ich noch mit einem Deutschen? Really? Warum? Digger, wie sieht denn der aus? Alter, das wird heute gar nix mehr, Alter. Ich habe noch gar keinen Inform gehabt. Ich will wenigstens einen verfickten Inform kommen. Warum immer die Türken? Oh, Thiago. Okay, das ist eigentlich voll schlecht, aber. Woll ich mehr zulegen, weiß ich? Du kommst in mein Team. Ich habe nicht mal mehr Platz für meine Transferliste, Alter. Marquez. Jetzt hatte ich einen Sänger. Jetzt hatte ich einen Sänger. Leute, kommt schon. EA, du lutscht doch. EA lutscht. Sommer. Er heißt Sommer. Guck mal, zwei Gladbacher in einem Pack. Zwei Gladbacher in einem Pack, Digger. Boah, Digger, der ist ja mega. Der ist ja breiter als der Türstipp. Topia, Ewa, Tee. Uuuh. Charvi, alter. Charvi, Charvi. Habt ihr das gesehen, Leute? Ich habe zum B von der Musik gedrückt. Ich bin der King. Ich habe es drauf. Ich habe es drauf. Ich habe es drauf. Du kommst direkt in mein Team. Nur Müll. Nur Müll. Auch bei den 100k-Packs. Ich habe zwei Stück gezogen. Habe ich bekommen. Cellini oder wie der heißt. Komm, Bender. Warum Bender? Warum Bender? Debutschi, immerhin. Ich wollte mir ein englisches Team machen. Komm schon. Der heißt Diabete. Da muss doch ein S dran. Ich bin deprimiert. Oh, mein Sack. Trash. Ich habe schon gar keinen Bock mehr. Digger, was soll das denn? Sei mal hell, EA. EA verarscht mich doch. Die verarschen mich. Die ziehen mich ab, Alter. Nur weil ich schwarz bin. Guck mal. Kask. Oh, der ist schnell. Trotzdem ist das ein Huren. Guck mal. 65 Schuss. Was bringt dir 65 Schuss, wenn du 3 Millionen Pace hast, du Lumpen, ey. Alonso. Aber der ist schlecht. Oh, oh, oh. Rodriguez. Oh, ich habe den. Ich dachte, es wäre James Rodriguez. Ich habe den besten Spieler. Mit 34 Pacer. Du bist so ein Lumpen. So, Leute. Letztes Pack. Komm schon. Ey, komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Hazard. Hazard. Keine Ahnung. Irgendeinen guten Ronaldo. Bale, bitte. Du bist ein Huren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.